Antonia Reininghaus war eine österreichische Schauspielerin. Obwohl Reininghaus die Schauspielschule vorzeitig verlassen hatte, gab ihr der Regisseur Bernhard Witzki ihre erste Kinorolle in die Eroberung der Zitadelle. Bis dahin hatte sie bereits große Erfolge am Grazer Schauspielhaus gefeiert. Antonia Reininghaus war Anfang der 1980er Jahre mit dem deutschen Schauspieler Jürgen Prochnor fliiert, den sie 1978 bei Dreharbeiten kennenlernte. Sie vergiftete die gemeinsame, damals siebenjährige Tochter Johanna im November 1987 und unternahm anschließend einen Suizidversuch. Eine Gefängnisstrafe musste sie aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens nicht antreten. Sie lebte seither zurückgezogen und starb 2006. Antonia Reininghaus war mit der späteren Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek befreundet, mit der sie auch beruflich zusammenarbeitete. Filmografie 1977 1977 Die Eroberung der Zitadelle 1977 Der Mädchenkrieg 1978-79 Theodor Schindler 1979-80 Soweit das Auge reicht 1986 Losberg Heinrich 19 28 29 ayo 29 30 29 29 31 31 32 30